Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video zum Thema Conan Battle Pass bzw. Herausforderungen. Heute gibt es etwas ganz besonderes und zwar haben wir die Herausforderung bei den Rasenden in den Ruinen tanzen. Das ist eine legendäre Herausforderung und die gibt uns satte 150 Erfahrungspunkte. Ich befinde mich jetzt aktuell hier. Ich stehe jetzt ein bisschen in Hadren und ich würde sagen, ich bin knapp unten an der 6. Das ist ja auf jeden Fall ganz im Süden von der Insel, wie man sehen kann. Da sind die Rasenden in den Ruinen. Ich bin jetzt eine Etage hochgegangen. Unten gibt es so ein Lagerfeuer und dann ist wie so eine Überdachung, sieht das Ganze hier von außen aus. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie weit wir hier reingehen müssen. Ich denke mal, dass wir hier zu dem blauen Feuer gehen müssen. Auf jeden Fall müsst ihr dann auf R drücken. Wenn ihr das Emot Tanzen schon erlernt habt, klickt ihr dann da drauf und sucht euch einfach einen Tanz aus. Damit habt ihr dann diese Quest abgeschlossen mit diesem wunderbaren Bauchtanz. Ja, ich hoffe, dass euch das Video weiterhelfen konnte. Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und schaut euch auch gerne meine anderen Videos zum Thema Herausforderungen an. Bis zum nächsten Video. Ciao! Ciao!